Also, Juliana, liebst du den Herrn? Ja. Er liebt dich auch. Das weiß ich. Und er hat dich bei deinem Namen gerufen. Halleluja. Er klopft an deine Herbsttür. Es liegt jetzt an dir, ob du sie ihm öffnest. Ich öffne ihm gerne die Tür. Amen. Dann sprich mir nach, liebe Schwester. Ja. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Ich komme jetzt zu dir. Ich komme jetzt zu dir. So wie ich bin. So wie ich bin. Ich komme mit all meinen Schwächen. Ich komme mit all meinen Schwächen. All meine Sünden. Alle meine Sünden. Und meinen Fehlern. Und meinen Fehlern. Ich weiß. Ich weiß. Dass du mich trotzdem liebst. Dass du mich trotzdem liebst. Deshalb treffe ich jetzt die Entscheidung. Nochmal bitte. Deshalb treffe ich jetzt die Entscheidung. Deshalb treffe ich jetzt die Entscheidung. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Komm tief in mein Leben. Komm tief in mein Leben. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Mach mich rein. Mach mich rein. Mit deinem kostbaren Blut. Mit deinem kostbaren Blut. Ich öffne dir. Ich öffne dir. Die Tür meines Herzens. Die Tür meines Herzens. Und nehme dich. Und nehme dich. Als meinen Erlöser. Als meinen Erlöser. Und Herrn an. Nochmal bitte. Und Herrn an. Und Herrn an. Ich glaube. Ich glaube. Vom ganzen Herzen. Vom ganzen Herzen. Was ich mit meinem Mund bekenne. Was ich mit meinem Mund bekenne. Ich glaube. Ich glaube. Dass du für meine Sünden. Dass du für meine Sünden. Am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha. Gestorben bist. Gestorben bist. Und du mit deinem Blut. Und du mit deinem Blut. Für mich bezahlt hast. Für mich bezahlt hast. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Übernimm die Herrschaft. Übernimm die Herrschaft. In meinem Leben. In meinem Leben. Ich glaube. Ich glaube. Dass du aus dem Toten. Dass du aus dem Toten. Auferstanden bist. Auferstanden bist. Und lebst. Und lebst. Ich glaube. Dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube. Dass du der Sohn Gottes bist. Gott in Person. Gott in Person. Und dir alle Macht gegeben ist. Und dir alle Macht gegeben ist. Danke. Danke. Dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Dass du mich vergeben hast. Dass du mir vergeben hast. und dass mein Name in deinem Buch des ewigen Lebens geschrieben steht. Sende mir den Heiligen Geist, der mich führt und leitet in alle Wahrheit. Ich glaube Gott. Ich empfange Gott. Heiliger Geist. Hilf mir bitte auf meinem Weg in Jesu mächtigen Namen. Amen.